Diese Filmszenen könnten aus den 30er Jahren stammen. Doch weit gefehlt. Es ist das BW Halle Anfang der 60er Jahre. König Dampf hat das Geschehen noch fest im Griff. Überholen ohne einzuholen ist die Devise dieser Zeit. Die Realität ist aber eine andere. Erst 1958 wurden die Lebensmittelkarten abgeschafft. Die Planwirtschaft wird zur Mangelwirtschaft. Doch die Eisenbahner der DDR-Reichsbahn sind Meister im Improvisieren. Der Laden läuft. Nach dem Motto, aus Altmach neu, läuft seit 1957 ein Rekonstruktionsprogramm für mehrere Dampflokbaureihen. Neue Kessel und etliche Umbau- und Modernisierungsmaßnahmen sollen die alten Maschinen noch für viele Jahre am Leben erhalten. So auch 85 Loks der preußischen P10. Aus der 39 wird die Baureihe 22. Am Haken hängen nach dem Packwagen dreiachsige Rekowagen. Sie sind aus Vorkriegsfahrzeugen entstanden. So auch mein Schatz, wievide Kabel, wievide Kabel und Max auf dem Spensen schon überlegen. Sie sind aus Vorkriegsfahrzeugen entstanden. So auch mein Schatz. Sie sind ausり . So ja, ich bin ein Schatz. So ja, die Rekorgen sind noch wohnt. So ja, jetzt mal in der Rekorgen. So ja, ich muss das Smartphone abgeschonne, So ja, ich bin in der Rekorgen. So ja, einfach auf meine Schatz zu verhalten, so ja, ich bin immer noch einmal an Bremiheier. Musik Musik In Reißbahnfilmen werden die Leistungen der Planwirtschaft propagandagerecht gewürdigt. Sie wissen sicherlich, dass die Reichsbahn mit 300.000 Beschäftigten der größte Betrieb in unserer Republik ist. Wussten Sie aber auch, dass von den hunderten Zügen, die täglich hier das Grünauer Kreuz in Berlin passieren, wiederum eine große Anzahl Transit-, also internationale Züge sind? Musik Drei Ablaufberge, zu denen diese Balkengleisbremsen gehören, sorgen dafür, dass in Serdin täglich bis zu 3300 Wagen umrangiert, neu zusammengestellt und abgefertigt werden. Sämtliche Rangierlokomotiven stehen mit den Stellwerken und Rangiermeistern im UKW-Sprechverkehr. Bei starkem Arbeitsanfall wird auch noch der von Hand betätigte Bremsschuh eingesetzt. Musik Ein Teil des Bahnhofes Serdin dient ausschließlich dem Transitgüterverkehr. Züge aus Skandinavien, Süd- und Südosteuropa, westeuropäischen Ländern und der Sowjetunion werden hier umrangiert und weitergeleitet. Kostenloser Kundendienst ist diese Nachbeisung von Kühlwagen, die mit leicht verderblicher Last von weit her kommen. Ebenfalls Kundendienst leistet die Transitleitstelle. Ausländische Spediteure fragen hier an, wo ihre Fracht steckt und sie erhalten sofort Bescheid, in welchem Land oder wo in der DDR zurzeit ihre Güter laufen. Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020